Eine vollständig renovierte Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Köln. Die Wohnung wurde 1960 erbaut und wird über eine Gas-Zentral-Heizung beheizt. Die Etagen-Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 70 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagen-Wohnung beläuft sich auf 1070 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.